So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke. Und zuallererst möchte ich euch das neue Kanal-Maskottchen präsentieren für den Mai. Denn heute ist der 1. Mai, der 1.5. Ich drücke hier drauf und dann seht ihr schon, es ist Groudon. Und warum ist es Groudon? Wir hatten 5 Gewinner in der Raidmania vom April. Und ich habe beim Max Out Monday Video gesagt, der Erste, der das Video kommentiert von den 5 Gewinnern und seinem Kanal-Maskottchen mitteilt, bestimmt das Kanal-Maskottchen. Und der Benjamin Engel hat gesagt, Groudon wäre nett. Und jetzt habe ich mir schnell einen Groudon gesucht und habe deshalb jetzt hier dieses Groudon hingebastelt. Dann wurde der Community Day für Mai angekündigt und es ist Fynx. Ich habe immer Fynx gesagt, aber da haben alle gesagt, das heißt ja gar nicht Fynx, das heißt auch Fynx. Wie man es jetzt ausspricht, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Feuerstarter, der noch fehlt. Und dann fehlt auch noch Froxy, oder? Fehlt auch noch, das muss also auch noch kommen, das ist heftig. Ist also ein neues Shiny, was eingeführt wird zum Community Day. Da hat bestimmt wieder jeder Spaß. Der Sonntag ist diesmal der Community Day. Nicht Samstag, sondern Sonntag. Das ist ja die letzte Zeit immer abwechselnd gewesen. Aber die meisten waren am Samstag, jetzt ist es dann wieder Sonntag, wieder von 14 bis 17 Uhr. Mal gucken, ob ich da wieder eine Stunde unterwegs bin, Challenge machen kann mit Pupsi. Mal gucken, wie das da ist. Wir haben ja dann vielleicht Ballast und deswegen schauen wir mal, wie wir das da machen. Sonntag, 21. Mai, 14 bis 17 Uhr. Vielleicht wieder eine Stunde als Challenge. Wer fängt das erste Shiny, wer fängt das letzte, wer fängt die meisten. Das wäre auf jeden Fall genial. Wilde Fynx erscheinen vermehrt, mit etwas Glück. Und wenn ihr Fynxys entwickelt, bekommt es eine exklusive Attacke. Fynxys entwickelt Routena während des Events oder bis zu 5 Stunden danach, damit euer Fynxys die Ladeattacke Loa Kanonade erlernt. Während des Events zu Fynxys entwickelt Routena, beherrschen Loa Kanonade. Außerdem kann Fynxys ab Beginn des Events die Ladeattacke Magieflamme erlernen. Nach Abschluss des Events kann Fynxys weiterhin Magieflamme erlernen. Also es gibt Loa Kanonade und Magieflamme. Was Loa Kanonade kennen wir, kriegt eigentlich jeder Feuerstarter, der einen C-Day kriegt. Magieflamme hört sich wenigstens mal interessant an und würde vielleicht dazu auch besser passen. Hier stehen auch noch die Werte dabei. Loa Kanonade 110 Schaden bei Trainerkämpfen, Magieflamme 60 Schaden, Angriff des Gegners Singen. Und bei Arena Kämpfen und Raidkämpfen 110 Schaden bei Loa Kanonade und 60 bei Arena Raidkämpfe. Haben die es aber nicht? Doch, Trainerkämpfe genau, das ist richtig rum. So rum ist richtig, passt. Es gibt wieder eine 1 Euro Spezialforschung. Ihr könnt wieder Tickets kaufen oder verschenken an eure Freunde. Bin ich mal gespannt, ob ich wieder eines bekomme. Ich muss ja gefühlt seit 20 C-Days kein Ticket mehr kaufen. Immer hat mir jemand eins gegeben. Ansonsten empfehle ich jedem, diesen 1 Euro im Monat zu investieren für den C-Day. Und die Boni dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Es gibt wieder dreifachen Fangsternen-Staub. Also neues Shiny, wo ihr drei braucht für die Familie. Und dreifach Fangstaub, der auch sehr saftig ist. Die meisten spielen gefühlt nur noch, wenn es Staub gibt. Und sagen, alles andere lockt die nicht mehr hervor. Weil es wieder ein richtiger C-Day ist und kein Classic, gibt es natürlich wieder Unmengen an Boni. Wie auch dieser zusätzliche Spezialtausch. Der ist für mich ganz wichtig bei den ganzen Glücksfreunden, die ich immer habe. Dass ich da gleich zwei an einem Tag abarbeiten kann. Doppelte Fangbonbons gibt es. Erhöhte Chance auf XL ab Level 31. Lockmodule halten drei Stunden. Rauch hält drei Stunden. Das Tauschen kostet 50% weniger Staub. Ein zusätzlicher Spezialtausch, wie gesagt. Und natürlich Schnappschüsse nicht vergessen. Das ist das, was ich an jedem C-Day in letzter Zeit vergessen habe. Aber ihr dürft es nicht vergessen. Und dann kriegt ihr auch nochmal was. Dann die Bonus-Raid-Camp. Wisst ihr ja, ist Routena dann drin. Denn Raids der Stufe 4 in Person Raids. Da könnt ihr also nicht aus der Ferne darauf zugreifen. Ihr könnt auch niemanden einladen. Aber ich habe bisher noch nie so eine Stufe 4 Raid gemacht. Manche nutzen das als Herausforderung und sagen, sie möchten das mal solo probieren. Oder im Duo, wenn die besonders schwer sind. Aber ansonsten finde ich das eigentlich unnötig. Ich würde dafür keine Raid-Pässe ausgeben. Feldforschung gibt es natürlich die ganze Zeit. Dann gibt es wieder, was steht da? Ihr könnt Feldforschungsaufgaben zum C-Day im Mai abschließen. Fangt Fünks, um weiteren Fünks zu begegnen. Und Belohnungen wie Staub, Hyperbälle und mehr zu erhalten. Sticker gibt es, wenn ihr Geschenke öffnet oder Pokestops dreht. Und hier ein Super. Was ist das? Sucht ihr nach einer Gruppe. Das wäre es doch. Wenn ihr auf der Suche nach anderen Trainern aus eurer Gegend seid, um am C-Day zu tauschen und Trainer-Camp oder Raid-Camp auszutragen, schaut auf unserer Community-Day-Karte vorbei. Grenzt die Suche auf öffentliche Parks ein, um Orte zu finden, an denen am Community-Day üblicherweise viel los ist. Dort könnt ihr dann nicht nur ein wenig frische Luft schnappen, sondern auch mit anderen Trainern aus der Community zusammenspielen. Wir hoffen, dass diese Karte allen nützlich ist, die auf der Suche nach Mitspielern sind. Das letzte Mal andere Spieler im Englischen Garten haben wir gesehen, als es, glaube ich, um Top-Rates ging. Mit Regieeleki, genau. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt bei Regie Drago dann auch wieder so sein wird. Was das hier mit dieser Karte ist, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Jetzt zeigt uns hier Hotel im Kaiserpark Meiningen. Was soll das heißen? Das ist das Zentrum wahrscheinlich von Meiningen. Hotel, Kaiserpark, genau. Da könnt ihr irgendwie was suchen. Weiß ich nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Hier ist ein Searchfeld. Da müsst ihr wahrscheinlich mal hier auf diese offizielle Seite und könnt euch mit eurem Ort dort mal durchwühlen, ob ihr irgendwas findet mit größeren Gruppen. Ich freue mich auf jeden Fall. Für mich, ihr seht das, sieht ihr eigentlich ein kleines Highlight. Diese kleine Challenge immer. Eine Stunde Stream unterwegs, mobil, dreifach Staub. Schmeckt den meisten Leuten sowieso. Und ein neues Shiny dabei. Was will man mehr? Habt ihr Bock auf Fünks im Mai? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.